UNTERTITELUNG Das ist der kleine Clown, der Freund von meiner Schwester. Der ist so winzig wie ein Schlumpf. Vielleicht will er in eure Familie. Ich weiß genau, was er will. Du willst den Hammer? Ich will den Hammer. Dann sollst du den Hammer haben. Okay, das reicht. Ist ja eklig. Baby, ruf die Polizei! Du wirst mir das nicht kaputt machen. Ich liebe ihn. Oh, verdammt sie nur, Käpt'n. Schreihals. Ich hab nur auf eine schwierige Situation reagiert, James. Das war ein schriller, mädchenhafter Schrei. James, weißt du was, du... Was? Start er immer noch? Mach, dass er aufhört. James, ich will dein Segen, Angela zu fragen, ob sie mich heiraten will. Beweis, dass du das Zeug dazu hast. Und wie soll ich das anstellen? Du kommst mit auf ein Ride-Along. Scheiße, ja. Das ist an deiner Polizei! Heute ist dein Training-Day. Hattest du jene Waffe in der Hand? Bang, bang! Ich bin eher ein Pumpgun-Spezialist. Vorsichtig, da sind Magnumpatronen drin. Oh, ja. So, fahrt die Hände hoch, verdammt! Mein Bauch ist im Arsch. Oh, ja, du bist bereit für die Straße. Wow! Kannst von Glück sagen, dass ich das nicht war. James, die Scheibe ist kaputt gegangen. Folgende Regel, keine Verbrecher anfassen. Es sei denn, du nimmst sie fest. Denken Sie, sie sind hart, weil sie eine kleine Gang haben? Ich bin die personifizierte Härte. Hab Angst! Loslassen, sonst gibt's was hinter die Ohren! Und ist das eben für dich gelaufen? Ich denke, es wäre besser gelaufen, wenn ich eine Waffe gehabt hätte. Sag mir, wo der Deal abläuft! Sag mir, wo der Deal abläuft! Er hat auf mich geschossen, tut mir leid. Ja, richtig, er hat auf dich geschossen. Verdammt nochmal, ja, ich hab auf dich geschossen! Alle auf den Boden, auf den Boden! Mann, ihr wollt mich wohl verarschen, ne? Ihr richtet tatsächlich eure Waffe auf sowas hier? Geh runter, Baby, dann ist das mit den Größenverhältnissen besser, danke. Kriegst ein Trinkgeld von mir, ich hab 101 Dollar Scheine, hol ich dir gleich. Kriegst ein Trinkgeld von mir, ich hab nicht jeden知道.